Not the yellow of the egg, but it goes. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautron, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Spyro the Dragon. Jawohl, und wir haben jetzt genug Diamanten. Ich wollte euch nicht langweilen mit Diamanten sammeln, aber ich habe die restlichen Diamanten hier im dunklen Labyrinth bekommen. Das ging eigentlich ganz einfach. Hier haben wir ja das Handbuch, und hier seht ihr ja, was wir so gesammelt haben. Hier sehen wir zum Beispiel Traumweber, haben wir allgemein 277 von 300 Diamanten gesammelt, dunkles Labyrinth, da seht ihr fast alle Diamanten jetzt. Ich weiß auch, wo die letzten sind, die habe ich jetzt nicht gesammelt. Und wir haben sogar jetzt alle Drachen, wir haben nämlich noch Obasi und ich glaube Apara war es, den wir noch entdeckt haben. War auch sehr cool. Wie gesagt, hier siehst du, was du an Drachen brauchst und an Diamanten. Ich meine, das kennen wir ja schon. Und da habe ich einfach geguckt, okay, wo hast du extrem wenig Diamanten eingesammelt. Das war halt zum Beispiel in dunklem Labyrinth oder zum Beispiel hier. Hätte ich auch hingehen können zu den Spuktürmen, da habe ich auch extrem wenig eingesammelt, weniger als die Hälfte. Oder hier zum Beispiel Eisflug. Gut, da ist es auch so eine Sache, das ist Glückssache. Ja, da ist also ein bisschen schon was möglich gewesen. Und da habe ich die restlichen Diamanten eingesammelt. Und jetzt können wir natürlich dahin, wo wir hinwollen. Und da gehen wir jetzt auch hin. So. Ohne Umschweife Wollen wir dieses Land verlassen. Okay. Sehr schön. Boah, das war auch wieder sehr knapp, aber okay. Das hat gereicht. Und jetzt können wir endlich ihm hier die Schätze geben. Sehr gut, Spyro. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Ja, ich habe eine leise Vorahnung. Dass dies Heimatwelt ist nicht gerade der freundlichste Ort, den es gibt. Werd' ich zum Abflug? Ja, knäst dir das Heimatwelt besuchen. Ja. So, auf geht's. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Ich denke eh, die eine oder andere Folge hätte man sich sparen können. Und da hat man dann wieder gucken müssen. Wegen Drachen. Jetzt wegen Diamanten. So, und jetzt wollen wir eigentlich nur noch in die Welt von Gnasty und ihn dann im Prinzip letztendlich in den Arsch treten. So. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie auch hier die Welt aussieht. Oha. Schon mal sehr interessant. Und hier ist schon mal gleich ein Drache. Was natürlich ziemlich geil ist. Willst du mit? Nein, hier bleiben. Wir wollen nur looten. Ich glaube, wir können eh nirgends woanders hin. So. Alles klar. So. Zack, zack, zack. So, wie gesagt, ich habe nichts verpasst in den Welten, wo ich war oder im dunklen Labyrinth wohlgemerkt. In der Traumweberwelt, da waren wir ja schon gewesen. Da habe ich die restlichen Diamanten eingecheckt. Habe halt noch zwei Drachen entdeckt. Jo, aber wie gesagt, habt ihr nichts verpasst. Und hier haben wir Delbin. Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen. Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. Oha. Okay. Und wo ist der Eingang? Das ist der erste Knork. Knork bucht. Okay. Dann gehen wir gleich mal in die Knork bucht und schauen wir mal, wie wir hier zurande kommen. Ich glaube, jetzt ist völlig egal, was wir jetzt einsammeln und ob wir Drachen befreien etc. pp. Jetzt ist einfach nur, dass wir quasi die verschiedenen Knork Stages freischalten. Schauen wir mal. Und jetzt sind wir erstmal in der Knork bucht. und die gilt es zu meistern. Oha. Puh. Kriegst du ja Kopfschmerzen. gleich mal Platz. Gleich mal Platz gemacht. So. Oh Gott. Nochmal so einer. So, der hat eine wunderbare Pirouette gemacht. Habt ihr das gesehen? sehr schön. So. Sehr schön. du musst dran glauben, Ratatouille ist vorbei, so, zack, ok, jetzt sind wir da rüber, echt aufpassen, mann, 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 die krieg ich mal wieder nicht auf, ja, so, erstmal gucken, so, den haben wir erstmal in den Arsch getreten, so, sehr schön, hallo, Latif, mach weiter so, Spyro, Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir, ich an seiner Stelle hätte die Norkosen schon voll, okay, so, okay, dann gehen wir mal hier runter, oh, ein Zusatzleben, nicht verkehrt, nicht verkehrt, aber, können wir, ja, können wir, geil, Aua, Aua, du Drecksack, so, zack, dann machen wir dich halt so blatt, ist uns auch egal, so, sehr schön, immer schön aufpassen, steht ja immerhin TNT drauf, so, wir müssen da rüber, so, sehr nice, so, alright, so, schön alles eingesammelt, so, okay, sehr gut, hier ist es zu heiß, noch mal, okay, fangen wir nicht, geil, na, da fliegen wir mal da hin, und sammeln hier die Diamanten ein, ich weiß ja nie, für was es mal gut ist, so, dann hier rüber, wird schon passen, würde ich sagen, so, hatte schön mal platt gemacht, wow, so, alright, okay, sehr schön, äh, kommst du hier irgendwo hoch, wäre nicht schlecht, aber hier kommen wir hoch, definitiv, hier war man doch schon, I'm a little bit, äh, keine Ahnung, ich bin ein bisschen verwirrt, so, Aua, aber da hinten ist auf jeden Fall noch was, müssen wir mal da hin, Nein, ich glaube es ja nicht, so, auf geht's, okay, so, darüber wuppen, Glaubt ihr mir, wenn ich euch sage, ich habe momentan überhaupt keinen Plan, wo es lang geht, hier war man doch schon, hier war man doch schon, ich glaube wir müssen wieder zurück, es bringt ja nix, es bringt ja nix, tja, es hat mir so gut den Drive, dann sind wir wahrscheinlich falsch abgefunden, mit ihr, mit ihr kann man nicht sprechen, weil das ist wiederholung, ne, ne, ja, ja, genau, so, okay, dann gehen wir mal wieder zurück, ist ja alles kein Problem, so, dann gucken wir mal, ob man hier irgendwo landt, sieht gut aus, so, so, hier sind wir da, hier sind wir da, party peoples, dann gehen wir mal hier lang, hier sind wir da auch diamonds, so, aua, nein, oh, fuck, hier kommen wir nicht hoch, hier gehen wir elendig unter, fuck, okay, hoffentlich haben wir jetzt einen guten Rücksetzpunkt, wäre eigentlich nicht schlecht, bitte, 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 komm schon, hä, ah, okay, naja, okay, not the yellow of the egg, but it goes, so, okay, ähm, hier entlang, nicht wieder kaputt gehen, ganz wichtig, so, den hat er uns noch mitgegeben, der Drecksack, sehr schön, liebe es, wenn es eine Kettenreaktion gibt, und hier ist noch ein Drache, so, Thomas, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde, schon gar nicht von so einem kleinen Drachen, äh, ich habe nie an dir gezweifelt, Spyro, das will ich hoffen, ja, die, die Trache hat mir doch aber schon befreit, so, aua, so, fuck, den hat er, ja, okay, den hat er ist ja noch frei, so, da geht's nach Hause, okay, jetzt, äh, sammeln wir hier erstmal alles ein, sehr schön, nice, nice, so, was haben wir hier, oh, schnell, nein, jetzt sind wir platt, oh, fuck, komm, aber hier, jetzt ein fairer Rücksitzpunkt, Checkpoint wäre nicht verkehrt, okay, das ist okay, yes, so wird's gemacht, so, und keine abbekommen, so muss es sein, vier Leben haben wir noch, alles gechillt, so, sehr gut, so, verlorene Leben haben wir wieder zurückgewonnen, so, die schnappen wir uns, so, sehr nice, so, dann geht's ja jetzt wieder zurück, zurück, nein, okay, okay, oh, man, ein Treffer und dann, was hat schon wieder, so hier mein schlüssel ok sollen wir uns ich weiß ja wo die kiste ist wenn es die ist die ich denke die es ist oder sie doch nicht wir gehen mal hin ja es ist sehr schön vorhin noch mangelware in der letzten episode und jetzt gibt es so wo müssen wir jetzt lang ich würde sagen hier so jetzt so wird es gemacht leute okay hier hoch nice was soll man sagen und hier sind wir daheim perfekt auch von der zeit wahnsinnig gut so das war die bucht rücker nach knoxxus muss man ja jetzt alles freigeschaltet haben würde ich jetzt fast behaupten schauen wir mal dann sehen wir schon so ja hafen der dämmerung auch nicht schlecht auch nicht schlecht so aber ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten episode wenn es dann wieder heißt zwei wo der dragon jawohl ich freue mich das geht jetzt immer näher dem schluss entgegen ja schön 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 da freue ich mich drauf so wenn euch diese episode gefallen hat wisst ihr bescheid könnt ihr gerne mal ein like geben könnt natürlich auch was in die kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut ciao ciao